Was genau wie ein Schnittchen? Willkommen zu Chaos Valley, 5 Sterne Map heute mit allen Auslandrädern, denn der ist, wir dürfen nicht mehr sagen, wo der ist. Der ist aktuell abwesend. Nicht in diesem Land. Nicht im Dienst. Wir dürfen nicht mehr sagen, wo er ist. Alter, Chris hat das gemacht, danke. So bin ich hier hinten. Der Sepp ist bei mir voll kack gedroppt. Aber ist ja egal, ich hab ein bisschen hinter mir. Ab in den Blackstone-Jungle. Das ist ja mega hier. Ich glaub, Jay war damals nicht dabei, war der Besten. Doch, ich glaub, bei der war ich dabei. 20 Schläger? Alter, bitte. Wie krass ist das bitte, ey? Das ist ja schon heftig. Wir brauchen nicht viel weiter vorne, das ist halt ein Nachteil. Oh, Jay, da hättest du fast Hole in und Ohne gemacht. Da hätt ich fast ein Hole in und Ohne gemacht. Aber ich nehme halt ein Zweier. Oh, ich leider nicht. Shit, ich leider auch nicht. Ja, Bram muss sich erst wieder einen finden. Da, Chris. Smooth. Das war gut, Christian, ja. Sepp ist eher auf meinem Level gerade. Ja, ich muss erstmal... Ja, aber der Unterschied ist, dass du noch stärker wärst. Boah, guck mal, die Paars wären aber auch höher. Loch 8 hat ein 8er Paar. Wie kann ich nochmal frei fliegen? Ist das nicht T? V. V. Wir frei fliegen. Lol. Ich bin genutzt worden. Alter, ich auch. Was ist das denn? Aber ich bin Hole in One drin. Ich nicht! Doch. Alter, war das nicht los. Auch genutzt worden. Äh. Und das wird knapp? Ja. Tja, Jay. Hole in One. Wanda, das ist aber cool. Also bisher, muss ich sagen. Also das... Ja, bisher ist das alles. Ich will auch, wie viele Sachen... Ob wir nach hinten schlagen, können wir da einfach rein? Eigentlich müsste das gehen, oder? Äh, nein. Das könnte sein, dass da eine unsichtbare Wand ist. Also Jungs... Ne, das ist eine unsichtbare Wand. Ich hab schon zweifach wendet für euch. Bitte. Okay, dankeschön. Wieso bleibt ihr da liegen? Weil wir gut sind. Weil wir nicht so viel Gas gegeben haben. Ich bin hinter die Säule geschossen worden. Das ist doch jetzt ein Scherz. Komm, ab da runter. Weiter, weiter, weiter. Jawoll. Das sieht gut aus. Was ist da bei Bram? Ja. Ah. Hab ich. Birdie. Finish in two. Mega. Nächstes Level. 20-Stroke-Map. Aber... Das ist doch nicht so 20 Strokes. Ach so ist das. Ja, und ich bin in die Lava geflogen, ey. Schmutz. Jawoll, hat Christian auch geschafft. Let's go. Wo ist denn das Loch? Das wirst du schon sehen. Nein! Oh mein Gott. Aber nein. Das ist echt cool gemacht. In Dry Dune Desert. Die hatten wir schon mal so eine Art mit dem Auge auch. Ja, genau. Mhm. Oh, die Mucke. Das guck mal an den Conquer. Oh. Echt? Ja, das ist wenn die Sachen durch die Gegend schicken bei Alarmstufenrot. Wir haben einen Jam of Divinity gefunden. Aha, aha. Guck mal, in Alarmstufenrot haben die doch dieses, wo in dem einen Video da so eine ganze Einheit verschwindet. Jo, durch die Chronosphäre. Ja, ja. Chronosphäre, genau. Das ist der Sonntag von gewesen. Okay, meinst du man kann? In den Brunnen? Mit richtig Schmack ist einfach gerade auszuschlagen. Über den Brunnen, so zwischendurch. Das probier ich einfach. Ja, ich auch. Das geht. Mega. Das ist ganz schlecht. Okay, Bram. Ich hab richtig verkackt. Das geht, Christian. Ja, ich bin auch die Kamera am Teister. Das war zu wenig. Dann musst du ein bisschen mehr. Nein. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ja, der kommt ja wieder runter. Dann rollt er halt wieder zurück. Und vielleicht hast du... Ah, schade. Reicht aber. Reicht aber danach. Oh, der hat fünf gemacht. Was war denn da los? Ja, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich hab's hart verkackt. Bram, Jay wolltest nur, dass du wie ich nehme. Das sowieso. Ey, für mich ist der zweite der erste Platz. Stimmt. Ähm. Sag mal so, geht mal nach links. Oh, ist aber grün. Geht mal nach links. Ändert sich das jetzt, wenn da schon einer rumfällt? Oh, das ist wie bei Monty Mauro 4. Du kannst nicht mal V drücken. Das ist aus. Oh, komm, was sollt. So, dann fang die Mucke aus. Scheiße. Okay, dann bleib ich hier unter verliegen. Okay. Fuck it. Zwei TL. Zwei. War richtig. Oh, du musstest dir das merken. Ach so. Ja. Danke, Christian. Nicht alle Leute, die sich das gemerkt haben. Ja, ich wusste nicht, was ich das merken muss. Muss ich mir merken? A, O, N, Y. Ja. Ja. Ich war noch schnell weg, bevor der kommt. Ach so, nee, Bram ist ja erst da. Aber du hast mal, glaube ich, nur zwei zur Auswahl, oder? Ne, drei. Ne. Also ich weiß ja, dass da nicht alle sich das gemerkt haben. Jonathan, so wie der Yasser, der das auch schon gesagt hat. Ich wusste nicht, dass die Aufgabe ist, sich da zu merken. What? Don't look. Was haben denn da jetzt hingefallen? Ne, die nächste. Walk control the ball. Spaces jump. Don't look down. Look forward. Ja. Weil man dann... Okay. Nein. Oh mein Gott, war das knapp. Nein. Man springt halt weiter, wenn man nicht nach unten guckt. Aufgrund der weirden Ball-Mechanics. Okay. End. Aaaaahhhhhh. Okay. Easy. Oh Gott, das war knapp. Nein! Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Ich bin runtergefallen. Oh Gott, ich auch. Das ist gar nicht so einfach. Hä, wie soll das gehen? Ja, das ist gar nicht so einfach. Scheiße. Das ist richtig heulig, ey. Lalalalalala. Hoppa. Ich bin schon wieder runtergefallen. Leck mich am Arsch. Da ist der Schatz. Jawoll. Wiegel. Wiegel. Wieso denn zwei? Bist du auch einmal runtergefallen? Nö. Also nicht, weil du... Scheiße. Ich bin zweimal runtergefallen, ey. Oh, du bist okay. Frozen North. Frozen North. Ja, ist eine coole Map. Ja. Oh, wie frech. Hätte man schon geschlagen können, bevor die Dinger droppen. Ne, ne? Vielleicht. Meinst du, man kann dazwischen durch? Ja. Stimmt. Hier brauchen wir einfach Lack gehabt. Ja, gehabt. Das ist die Mucke von Donkey Kong. Ich habe keinen Lack gehabt. Cool. Wo müssen wir denn hin? Ich hätte Lack gehabt, aber ich habe zu wenig geschlagen. Können wir hier irgendwas ausrichten mit... Ne. Lawine. Oh mein Gott. Ich habe es versaut. Sehr gut, Jay. Ich habe es wieder... Hä? Oh, da kommt eine Lawine. Avalanche. Vorsicht. Das ist nicht so gut. Ja, das ist kein Problem. Lass mich schlagen. Ah! Okay, das ist auch nicht richtig. Das ist richtig. Muss man nicht reinschlagen. So, komm. Und jetzt muss man da die Dings nutzen? Ja. Die Rampe hinterher. Wow. Oh, da brauchen wir Knirpjes, ey. Cool, Alter, dass die echt die Donkey Kong-Mucke haben. Mega. Das war sie. Assoy. Das war das auf Ingward Shield bounce. He. Okay. Mega. Oh, ich habe zu viel getroffen. Was? Warte mal. Warte mal. Ich bin so fest so dagegen gehauen. Oh. Okay. Oh! Oh! Okay, komm mal. Ich lege einfach von oben. Ich lege einfach über euch. Ja, do it. Vielleicht geht das auch. Okay, da hätte ich ja eigentlich volle Kanne Hartgas geben können. The fuck. Ach du Scheiße, Digga. Das ist echt cool. Nein! Schmutz. Oh, Wind. Bullshit! Echt windig. Kann man da runterfallen irgendwo? Bullshit! Oh, Jay. Soll ich der Wind irgendwann mal auf? Nee, der geht über die ganze Zeit. Ey, come on, ey. Du willst mich doch verarschen. Runterfallen ist nicht so gut, oder? Boah, Alter, der Wind war mega. Das ist so ein Arsch, die Scheiß. Ey, warum das denn? Komm, Alter, ich mache 20 Strokes voll hier bei der Map. Nee, Bram. Ich finde das so RNG-sig. Warum ist das RNG-sig? Ja, come on, Alter. Ja, weil die Bounce ist immer... Ich immer bei den Bounces zwischen die Dinger fall. Und wieder. Boah. Komm, Bounce, Bounce. Hat ja nichts mit RNG zu tun. Doch. Nee, das ist dann wie ein Loch treffen. Wollte ich gerade sagen. Das ist mega RNG-sig. Egal. Oh, oh, das war nicht gut. Oh, Christian, zu wenig. Oh, reicht das? Nee. Bisschen mehr muss ich noch. Komm schon. So, und jetzt schnell liegen bleiben. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Habelack, Christian, das schaffst du noch. Das ist vorbei dann. Christian. Nice. Das war nix. Komm. Ja, der sieht gut aus. Ja, das ist okay. Da bist du safe. Sehr gut. Das ist mein erstes Mal nicht liegen geblieben, leider, als ich an so einer Kante lag. Ich wollte mir ernsthaft erzählen, dass das keine RNG-Map war, ne? Nein, war kein RNG. Also ich hab das 16 gebraucht, aber das war kein RNG. Du musstest ja immer nur gucken, dass du an der Kante liegen bleibst. Genau. Und der Wind war immer gleich. Der war nicht unterschiedlich? Oder? Der war immer gleich. Na ja, auch 16 er braucht. War nicht gut. Jo, moin, Alter. Der Forgotten Sektor. Oh, Starcraft. Ist das nicht Starcraft-Gebäude? Könnte sein. Ja, Lock and Control. Da ist er. Game of Fire. Wer war da in der Rote? Müssen wir den Knopf drücken? Ich denke, du musst den Knopf drücken und dann runterrollen, ja. Ah, stark. Oder so wie ich einfach viel zu krass schießen. Ja, Lito. So, getroffen. Alter, Digga. Und jetzt? Natürlich. Oh, ich hab so gerade getroffen. Wir haben wirklich die oberste Kante, die ging, ey. Und nu? Ja, darunter noch. Low Gravity haben wir jetzt, Leute. Und nu? Oh, wie cool. Fuck off, ey. Wir sind im Weltall und haben wirklich Low Gravity. Das ist ja mega. Das heißt nicht zu Schlagstagen. Moment. Nicht zu Schlagstagen. Tschüss. Klack, knacken. Geister. Alles. Okay, ich schlagen. Wenn man es zurücksetzt, der Ball nicht immer so frucht. Oh. Pläppling, pläppling, pläppling. Ciao, Bram. Oh, nee. Kannst du den noch retten? Ach so, zum Kotzen. Jo, du bleibst noch da. Können die Asteroiden sich mal ein bisschen schneller bewegen? Oh, scheiße. Das stimmt. Die Asteroiden. Ach, so ein Bullshit. Warte mal. Die bewegen sich gar nicht nach links und rechts. Wie komme ich denn da vorbei? Oh. Nee, so nicht. Wie viel Gas muss ich denn jetzt geben hier drin? Okay. Ja, genau. Halt, stopp. Als wenn ich das Tor beim Aufmachen getroffen habe. Ja, jetzt haben wir ein bisschen warten müssen. Patience, my friend. Komm schon, lass mich schlagen. Das ist ein Scherz. Was denn? Du musst warten auf die zweite Tür. Das ist halt der Schleuse. Alter, finde ich. Ich habe das hintere Tor getroffen. Ja, ich auch. Ich auch. Geil. Okay. Mucke ist geil. Da geht's. Ja, das ist Star Fox. Also, ja. Ach, Star Fox, ja. Hier. Boah, Junge. Christian, ich muss aufpassen. Alter, jetzt geht ab. Alter, die Map ist 10 von 10. Das ist einfach insane. Der eine hat mich gekriegt. Oh, was? Die Mitte war mies. Die Mitte war echt mies. Die hat mich auch gekriegt. Hat mich gekriegt. Ach, scheiße. Ich bin gegen so ein Ding gebrullert. Boah, das mit der Mitte ist echt bitter gewesen. Scheiße. Frech. Ich habe nichts Problem. poster. war cool ja wirklich du musst da drüber springen wie awesome ist das denn jawohl gar kein problem nein ich bin beim letzten habe ich hart verkackt beim letzten gegen holen ohne christian nicht dass du cool danach du bist in den genau ich bin nicht in dem bau uns was so du kannst in der luft springen du kannst damit machen ja einfach richtig geil das war fett dort zwei noch auf sepp und haben wir da oh schick mini mini golfbahn ja erst mal grillen der komplette sitting zwischen scheiße alter war schon kacke glück gehabt sonst wäre ich raus geflogen na komm rechte sind hier so hier holen zwei moment ist noch nicht enden shit oh mein gott das ist ja cool komm schon komm schon komm schon komm schon Wo für das war der fall da am fliegen ist Klo ist so das ist ja nice Scheiße ok ok einen noch da bin ich durch ach scheiße dann ich bin falsch nein 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 oh gott ding ding boogie NEIN Alter, war das doof. Komm, Jell, das schaffst du von da aus. Nein, das fliegt unter dem Stuhl. Über die Wand jetzt. Okay. Sicherheitsschlag. Hab ich schon gerade gemacht, hab ich schon versaut. Komm, Seb, direkt hinten. Jawohl, schön, in, ab, easy. Alter. Wir gehen jetzt in den Mega Drive rein. Oh, jetzt wird die Lämpf schlecht. Mega. Guck mal, Mann. Cool, regnen wir. Loll, das ist die Musik von Sonic? Das ist die Musik, der Anfang war von, wie heißt der noch? Wanky Shit Demon. Scheiße. Okay, keine Ahnung. Ich klippe eher, dass das die Musik von Sonic ist, aber okay. Wanky Shit Demon. Der wird immer schneller. Okay, das war cool. Aber steuern den, ne? Nee. Nee, kannst du nicht steuern. Oh, nicht so weit links. Das ist jetzt gar nicht mehr so geil. Wieder da hinten in so ein Loch. Scheiße, ja, wir müssen wieder in ein Loch. Okay, du kannst vielleicht natürlich auch in einem Mal komplett durchschlagen. Nee, nee. Ja, hätte ich mal ein bisschen härter, hätte ich das geschafft. Ah, fuck. Ja. Nein, da ist eine unsichtbare Wand da oben. Wie frech. Nein. Oh. Nice. einen noch mehr gebraucht hey nicht so schnell langsam muss man der katapultiert sich automatisch gestellt hat mich viele schläge gekostet okay high rise rockhaus ich geschafft moment die falsche richtung geschlagen scheiß so ein bisschen einmal hochkommen ja aber ich hätte trotzdem gerne gehabt wow denn es stark sollte ich immer so viel wollen ich will alles und noch viel mehr der könig von deutschland noch nicht custom assets ich möchte auch kein könig von deutschland sein ganzen asis hier der könig von der ganzen asis wo geht es weiter nicht ganz gerallt nein als wenn mir das jetzt passiert ist im fitnessraum es ist da vielleicht ein hidden office adams crystal ist da drin bei leute nicht in die ecke allein nicht ganz gerecht alter der aufzug müsste doch bei mir noch da sein oder ja 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 ich bin bei chris passiert hier also das sind lila gummi dildo was zur hölle ist da jetzt wieder passiert ich bin im taxi gewesen warum ist sepp noch warum steht sepp da rum ja bei mir hat der aufzug einmal angehalten gute frage ich bin mir gerade nicht so sicher wo ich hin muss muss einfach nur aufzug bist ja aber du spawnst dann wieder oben einfach mal aufzug liegen bleiben ich glaube bei sepp ist das ding rng geriggt ach komm hast du den f gedrückt einfach warten wir doch bei mir ich wurde oben gerespawnd der ist bei mir aber auch kurz stehen geblieben der aufzug wo ich das normal und dann fällt er runter genau und dann beim runterfallen als ich unten angekommen bin bin ich oben wieder gespawnt oh mein gott du schießt eigentlich unten durch die garage ins ziel du musst noch nicht mehr schlagen ah 15 sekunden das ist ja richtig mies ja das ist bitter naja so verliert man auch seinen ersten platz ja alles gut da ist ja dann 5 nur hast du ja noch die chance nicht letzter zu werden ich hab schon 2 mehr braun dadurch jetzt schon ne ich hab doch schon gesagt nur 5 achso du meinst 5 ja also statt 22 2 ah wegs nicht letzter also 17 zu viel fanden haus hat klingt fanny die acht du scheiße die musik ist auch mega ich sag du musst dich die tür durch einfach ich sagte dass es in das gesicht muss zum clowns gesicht er muss du auch ok ok neiiiiiii es ist so lächerlich ok kein problem kacke ich wollte gerade sagen kannst du bitte das loch ein danke nein ich liege das loch leule jetzt wenn du bist da geflogen bist oder warst du denn hast dich schon geschlagen oh what oh dein braun what the fuck ok warte mal ich bin jetzt nein ok jay das ist jetzt das ist richtig mies nein oh god ich hab so gekögt ich hätte zugucken sollen wo dein exit ist ne ja na folgt mir einfach ist ok jetzt gar kein problem du musst da rechts rum ich seh nur gerade die kamera nicht richtig du kannst es beide freige gehen scheiß usw we indication also drei minuten ist glaub ich auch schon knackig wenn die wenn die abschnitte ja echt so lang sind ah was hast du gerade siebzig hast du gerade ok ah es ist sie macht sich hat sie neun schade jawohl an der nächsten map angekommen war cool amazing okay, was nimmt man hier jetzt Wasserrutsche Galileo ist begeistert erster Gedanke war nur die Treppe scheißegal das ist scheißegal, ich bin unten Leute, das ist Rollercoaster Sound Rollercoaster Tycoon die ganze Zeit gerade die Leute kaufen oh nein, das war zu wenig da ist das Loch ach, jetzt werd ich gefickt vom Rollercoaster ach komm nein vielleicht ist das gut lass mich schlagen, lass mich schlagen, lass mich schlagen okay, wir wissen alle, worauf wir schießen nein neeeeein neeeeein noch schon, noch schon okay, dann wird das geklappt hehehe nice wichtig ach du scheiße da gibt es minus 3 für machen wir das doch leicht sehr gut minus 3 hä, ich hab doch getroffen scheiß hast du natürlich hab ich getroffen okay fuck you Spiel ich treff minus 3 nicht, das ist doof, ne ist egal, einfach so lange probieren, bist du mal getroffen ja dann hab ich aber nix gewonnen ja, ist doch egal aber du hast halt befriedigende Gefühl die minus 3 getroffen zu haben das ist viel wichtiger ja, belastend, ey das hat ja die minus 2 da nicht gezählt, aber frech dann gehen wir jetzt Cameroos reiten, mega ja, ist mir egal so Dreamcoaster Jay ist erst bei zwei Schlägen, kross und Jay hat ganz schön viel Minus gekriegt der hat ganz schön, äh eigentlich hätte ich 0 gehabt ey, 0 ging nicht ja, aber der hat mich zurückgesetzt, als ich die minus 2 getroffen hab Obos holt weh oh, das ist ja alter, wie geil Dreamcoaster hat sogar mehr Zeit so, das Loch oh oh wie geil auch der Sound mega okay, ab jetzt kann man starren mit den Fotos ich hätte springen müssen okay, du musst nicht nur du musst nicht nur die du musst auch das schwarze Ding treffen scheiße ja, ich war ne, du musst dich das schwarze treffen ich? ne ich fahr die ganze Zeit auf dem schwarzen ich hab Angst ich hab auch Schiss oh ich bin daneben gejumpt geil die Geisterbahn ach du Scheiße die ganze Saude man hat nicht gezählt haha, nice vielleicht sollte ich mal die Kamera drehen ich hab den Ausbruch gelassen das war bei mir komplett schief oh lol ich dachte mir gerade ich erschrecke mich doch nicht von dem Geister Alter, hab ich mich von dem Geister erschrocken ach komm das wäre smart gewesen die Kamera zu drehen oh krieg die Tür nicht auf Welt, 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 Welt aber welchen Geist ah ich hab schon so gut geprallt dein Ernst oh Bullshit das ist so ein Quatsch Bullshit lol ich bin gegen die Zähne gesprungen ja okay wo muss man denn hier theoretisch hin? ganz nach rechts Moment hier Strasstüren doch Albatross in 2 einfach nicht zurücksetzen die eine Tür geht wieder zu was wird das denn jetzt? hm ach Sepp ich bin dabei bist du bei 81 hä wieso hab ich denn nur 2 gebraucht du bist bei 98 oder? oh Gott der Witz wird nicht witziger wenn du gleich bei dem bei dem Karko Demon gegen die Zähne springst ist es nicht schlimm versuch weiter rum zu wubbeln und geh in den Mund zu kommen was? oh Gott das ist doch fast weg ja bin nämlich an den Zähnen hängen geblieben und dann bin ich reingewobbelt aber du machst das einfach ach so ja weil du halt ja auch verraten hast ich bin glaube ich drüber hinaus das war schlecht oder? der letzte reingemusst der letzte reingemusst F drücken ne ist ok oh letzte oh ganz knapp wait what ok wie cool ist das denn glitt yo hello China oh Mario cool ist das denn dann ist es mega fett aber wo müssen wir hin da steht im Loch hinter uns einfach schlagen das ist einfach falsch alter alter ist das wild alter ist das richtig crazy jetzt über ein Portal neu jetzt bin ich da runter gefallen nein neu ok runter fallen wir richtig awesome na jo hallo Portal wait muss man jetzt in das Orange ne da auf die ah naja du musst auf die Plätte ja aber dann muss ich danach in das Tor da hinten ne das passt ja eigentlich nicht oder ah warte mal oh Gott alter lächerlich dumm 1 5 ich bin auch einfach dumm ok das schießt ich sehe ich habe auf das Markier auf das Bildfeld habe ich geschossen ok what the fuck das war richtig dumm jawoll ach ja ok final crash final crash alles klar los geht's komm was machen die Platten jetzt rechts oh ich bin nach links gesprungen ja kein Problem weißt du nochmal links ne doch nicht ne ne das war cool oh oh nein mir wirklich oh Mario Kart oh gestränge aber nicht nicht so wirklich so gefakt nein da kommt der Stein alter der hatte doch einen Namen wie hieß denn der nochmal oh mein Gott Stein oh das hätte man kommen sehen können ey alter das ist krank hui 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 oh einfach gerade vorbei da war ich jetzt die Linie da steht auch genau so sagt Peter mehr U-Card mehr U-Card leider nicht geklappt geht noch weiter ok da die Kanonenschüsse und die Explosionen das sind die von den ähm Schlagschiffen aus Commanding Conquer ok ja das sind alle Sounds gerade aus Alarmstufe rot das sind ja auch das sind ja auch die Tesla Spule und so das ist Alarmstufe rot stimmt das ist das ja auch und auch die 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 nein ich hab nur Explosionen brauche ich sehe nichts das sind die Sounds aus Alarmstufe rot ja und das sind auch die alten Texturen das ist ein Spiel das war ein Spiel aus den 80ern was 90ern was ich falle immer ins Wasser das geht doch auch nicht ich falle auch ins Wasser wieso ist man denn nicht schnell gekommen dann zu springen nee die Maus nach oben ja nee aber das kommt so vom Flow leider aus dass ich bei der Tesla Spule kannst du aber durchfahren ja ach boah die Tesla Spule war sogar also ich hab ich fand die Sowjets immer krasser als die Alliierten ich fand die auch immer cooler ich fand die mal diese geilen also ich fand die halt die stärkeren Einheiten die Mammutpanzer und ich mein die Allis hatten immer die die Schiffe da die Zerstörer die waren richtig krass weil du hattest meistens kein ähm kein Wasser okay Chaos ihr Menschen nein ich bin auch runtergefallen was ist denn das hier eigentlich oh Alter das sieht mega cool aus oh mein Gott da ist das Ziel oder da ist das Ziel oder nein einfach mega die Map da hab ich denselben Fehler gemacht wie Jay secret chamber da ist ja das Auge der Hölle der Hull auf Jay geschossen das ist so lächerlich toll nein ich fall mit Jay runter in den Tod ach man oh Gott ja das ist mir auch passiert ja machen wir kann spawnen Feuer Gott auf dein Auge drauf ja da kommt der fliegende Holländer what the fuck was kommt da einem entgegen hä okay Christian ausweichen weiter wie ausweichen Jay weiter da war da ist da so ein Ding von der Gegend gekommen ach immer weiter alter hä warum wurde ich denn jetzt wieder zurückgesessen du bist gegen die geschlossene Tür gesprungen da war keine Tür bei mir brech ey was ist denn das für eine epische Musik hier gerade oh da ist ein Bumble also ein Drache hä wo gibt es denn die Augen die wieso wurde ich jetzt da ist das Auge wir sind im Tonraum ich kann nicht auf die Seite hier waren wir schon mal oh der Drache ach als ob ich gegen die Kante springe hier waren wir wirklich schon mal das war die erste Map ich kann nicht mehr steuern das stimmt von dem ist die auch gewesen wir haben das Auge geschödet als wenn das eine übergreifende Nummer ist das gibt es ja wohl nicht Alter wir sind so krass ich habe harte Nippel der auch geil ich hätte nie gedacht dass so eine Map mal so cool wird Alter das war mega das ist auch noch verbunden mit der ersten ich sag da etwa ein Sky Valley hatten wir noch nicht aber der macht noch zwei andere etwa nice selbes letzter auch mit 17 Schlägen gut geschrieben das ist völlig okay leider dritter hat die Tür leider nicht gesehen dass die zugegangen ist ja ich glaube bei mir hat der zweite angezeigt naja naja bei mir auch zwinker zwinker das war echt eine coole Map mal wieder das war eine richtig coole Map dann dieses Race am Ende mit allem kommt dir entgegen war stark ja das war eine nice Map selbst schafft die nicht mehr wäre jetzt auch lustig oh ja ich bin durch sieben Sekunden da können wir einen Daumen für da oben da lassen und Favo und Nabo und alles ja schaltet bald wieder ein das war nice ciao ciao